Macht ihr ein 500.000-Abo-Special? Nope. Ey, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Arja. Und zusammen sind wir Legion Diary Films. Und willkommen zu unserem 498.000-Abo-Special. Wow! 498? Ja? Warum nicht? Warum warten? Warum nicht 500? Weil wir noch keine 500 hören? Ne, mal ganz im Ernst, fast 500.000 Abonnenten und das ist einfach mega krass. Und wir wollten einfach Danke an euch alle sagen. Dafür, dass ihr jede Woche einschaltet und zwei random filmbegeisterte Typen auf YouTube zuschaut. Dafür einfach ein riesen fettes Dankeschön. Bevor wir jetzt richtig anfangen, wollten wir euch noch sagen, dass unser 500.000-Abo-Special diesmal etwas bescheidener ausfällt. Das liegt nämlich daran, dass wir gerade in zwei riesigen Projekten drinstecken, an denen wir seit sehr langer Zeit rumplanen. Dafür könnt ihr euch aber bald auf zwei sehr coole Projekte freuen, die rauskommen werden. Wir haben genug gelabert, jetzt labern wir mehr. Und beantworten Fragen. Redungs-Hardifrag, kann ich das Video mit meiner Frage beenden? Chill mal, wir haben das Video gerade erst angefangen. Bro, kannst du mal ein bisschen, bisschen runter? Bisschen chillen? Bisschen runterschrauben? Chill, Bro? Christopher Wilhelm fragt, mögt ihr Käse? Ist ganz okay. Die Assassin fragt, geschüttelt oder gerührt? Geschnürt. Deline Jocelyn fragt, wollt ihr mal Haustiere haben und wenn ja, was für welche, Affen oder ein Hund? Bin auf dem Affen-Trip auch ein bisschen drauf. Affe wäre schon cool, also wäre halt nicht artgerecht so, deswegen werde ich wahrscheinlich leider nie einen Affen haben. Aber vielleicht kann ich mal in einem Dschungel mit einem Affen chillen. Ich würde mal, entweder so einen Mini-Affen oder so einen Affe, der ungefähr so groß ist. Ich würde ihn Bongo nennen. Bongo, hast du die Orangen gegessen? Genau, was ich würde machen. Wie mir ich den fragt, was war das Heftigste, was ihr in eurem Leben erlebt habt? Kopf oder Zahl? Zahl. BalleriaZillenCover fragt, wie würde euer erster Film heißen und worüber würde er handeln? Okay, voll die abgespacede Idee, es wäre so, wir chillen so beide gerade. Auf einmal denkst du dir so, ey, mein Idol kommt in die Stadt, lass ihn mal besuchen. Und ich so, nein. Aber dann sind wir auf einmal da und dann sind wir in einem Club und auf einmal rennst du auf ihn zu und so, wow, wow, wow. Und dann auf einmal so, oh, du hast gerade meine Freundin angefasst, das wird Schlafen geben. Und wir so, nein, niemals. Auf einmal sind wir da und auf einmal müssen wir mit Rap und Tanz gegen Leute kämpfen. Und dann müssen wir auf einmal wirklich gegen ihn kämpfen. Und am Ende ist es krass. Voll die Dreck-Story, Digga. Zickzack hat gefragt, werdet ihr in Zukunft weitere Kurzfilme drehen? Auf jeden, Bro. Auf jeden. 2016 haben wir wieder ganz viele Kurzfilme geplant. Das wird auf jeden Fall das Jahr, wo wir uns mehr den Kurzfilmen widmen. Das sind schon ein paar coole Sachen in Planung. Also macht euch gefasst auf den einen oder den anderen oder ein paar mehr Kurzfilme. Redox HD fragt immer noch, kann ich das Video mit meiner Frage beenden? Nein, Bro. Warte doch bis zum Ende des Videos. Fabio Giordano fragt, könnt ihr mal ein Video mit anderen YouTubern machen? Klar, ich meine, wir sind mega gut mit anderen YouTubern befreundet. Mit allen YouTubern befreundet. Also easy. Yo, Emre. Was geht? Du, wir wollten doch zusammen mal ein Collab machen. Ich bin gerade auf einem Konzert. Ja, Mann. Sorry. Ciao. Vitti, Bro. Videos drehen? Äh, pff. Digga, du weißt doch, ich bin bei sowas eigentlich immer dabei. Diese Woche geht leider gar nicht. Die da rauf. Da bin ich leider in Frankfurt. Aber okay, was ist mit der Woche da rauf? Also, ich bin eigentlich, die Verbindung ist schon echt, also. Danergy Holmes. Äh, Digga? Ja, ja, komm mal was drehen, Digga, komm mal was drehen. Ha, hallo? Hallo. Yo, Bow Wow Johnson, what's up? Die Jungs sind gerade beschäftigt. Jazzy Jabro. Tut mir leid, Jungs, aber ich muss noch die Welt retten. Ka-yo! Nope. Bubblecraft LP fragt, Jey, machst du noch Musik? Punches like Ali, they poison like Dabi, hottest Wasabi, burn like the skin of a ginger in Abu Dhabi. Mr. Wayne, they get Joker, shit like the Moriati. I'm a god, he got a lot about drilling up in his lobby. I'll be, riving him up the shreds like his karate. You wanna battle me, then you'll be body. Mr. Mantor fragt, seid ihr Aliens? Und wenn ja, warum seid ihr auf die Erde gekommen? Wollt ihr uns vernichten? Gablon! Hast du den Menschen verraten, dass wir die mit unseren Videos vernichten wollten? Hör auf zu lügen, Gablon. Hör auf zu lügen, Gablon. Gablon, hör auf zu lügen. Hör auf zu lügen, Gablon. Redox HD fragt, immer noch, kann ich das Video mit meiner Frage beenden? Na gut, Redox HD. Na gut. So, das war's mit unserem Abo-Special. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an jeden Einzelnen von euch dafür, dass ihr dazu beigetragen habt, das alles hier zu ermöglichen. Falls ihr noch kein Abonnent von unserem Channel seid, aber auf Kurzfilme, Sketches und Wissenswertes über Filme steht, dann könnt ihr das jetzt unten ändern auf dem Abo-Button. Wir würden uns sehr freuen und ab nächster Woche, Montag, geht das Ganze mal weiter mit unseren weiteren Videos. Ansonsten würde ich jetzt sagen, haut ihr riesen, peasen.